In diesem Beitrag nenne ich dir aus meiner Sicht die vier meisten Ursachen bei Videocalls, warum es nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht, was ich aus meiner Sicht extrem schade finde und entsprechend auch noch ein paar Tipps möchte ich mit dir an die Hand geben, also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Servus, Salih und Hallo, Rai Rai. Nun möchte ich direkt zum Punkt kommen, Punkt Nummer 1. In der heutigen Zeit können die meisten Videocallanbieter die Möglichkeit anbieten, einen Bildhintergrund einzufügen. Ja, das kann schon mal Ursache Nummer 1 sein. Viel, viel schlimmer ist noch, wenn man einen Videohintergrund einfügt. Das sieht zwar vielleicht einerseits schön aus, aber führt in aller Regel dazu, dass entsprechend das Ganze dafür gerechnet werden, von der CPU etc., dass es zu Abbrüchen oder zu Ruckeleien führen kann. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, dass im Vorhinein keine Updates eingespielt wurden, also egal von dem Betriebssystem, welches man nutzt oder auch von Programmen oder Treibern. Und wenn diese natürlich dann aktualisiert werden, während man diesen Videocall macht, dann kann man, denke ich, noch so eine tolle Videolösung nutzen. Da gibt es dann bei allen Videohanbietern Probleme. Also am besten, bevor man einen wichtigen Videocall hat, am besten alles vorher updaten. Und dann sollte man da auch, denke ich, safe sein. Hauptgrund Nummer 3. Ich darf sagen, ich bin tendenziell eher ein Jitsi, Meet-Fan gegenüber dem Zoom. Bin ich jetzt nicht so ganz der Fan aktuell. Und was ich bei Jitsi, was ich da so erlebe, die meisten falsch machen. Die meisten wissen nicht, dass es auch noch andere Jitsi-Server gibt. Also nicht nur diesen Haupt-Jitsi-Server. Und der ist dann natürlich, wenn da alle drauf zugreifen, am besten oder am schlimmsten, dann auch zu sogenannten Peak-Zeiten. Also es gibt immer wieder so Zeiten, wo super viele auf einmal zugreifen. Dann kann selbst ein Rechner oder ein Server, auch da kommt dann ein Leistungslimit. Ich habe aber natürlich auch eine Lösung, mindestens eine. Ich werde die unten in der Videobeschreibung verlinken. Von jemand anders finde ich toll. Da wird man, wenn man diese Domain oder diese URL aufruft, dynamisch zu einem Jitsi-Server weitergeleitet, der zu dem aktuellen Zeitpunkt zumindest am wenigsten ausgelastet ist. Also es kann immer noch sein, wenn man zum Beispiel zwei Stunden vorher das aufruft, dass es natürlich dann zwei Stunden später wieder die Situation anders aussieht. Da darf man dann halt etwas dynamisch handeln. Sich nicht wundern. Dann Punkt Nummer vier. Trifft eigentlich auch zu Punkt Nummer zwei. Also wenn zum Beispiel andere Dienste im Hintergrund laufen, jetzt sind wir zum Beispiel angenommen, man ist in einem Haushalt und nutzt eine Internetverbindung und jemand macht zum Beispiel, schaut Netflix oder Amazon oder irgendwas, da so auf jeden Fall TV-Streaming, was natürlich einiges an Daten verbraucht. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, egal ob man Jitsi, Zoom oder whatever nutzt, wenn es da dann ruckelt und nicht schön flüssig läuft. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle mir auch noch erlauben, auf einen eher unbekannten Videoanbieter aufmerksam zu machen, den ich selber auch noch nicht so sehr nutze, aber mir festfahren, mir den eher zu nutzen. Das nennt sich Fair-Teaching. Die kommen ursprünglich, was ich zuletzt wusste, weiß, aus Österreich. Haben aber auch Surfer sowohl in Österreich wie auch in Deutschland. Also ist es auf Sicht des Datenschutzes auch sehr interessant gegenüber, was ich zumindest weiß mit Zoom, das ist eines der Gründe, warum ich nicht so der riesengroße Zoom-Fan bin, wenn die Daten über die USA laufen. Wenn ich da falsch liege, darfst du ihr mich gerne korrigieren. Genau. Das soll es für den Moment gewesen sein. Wie immer, wenn du auch diesen Beitrag toll findest bei YouTube, gerne ein Däumchen nach oben lassen, gerne ein Abo da lassen. Wenn du dieses Video nicht so toll fandest, dann gerne auch ein Däumchen nach unten geben. Dann aber konstruktive Kritik äußern, sodass wir alle und ich, also alle, schließt auch ich ein, daraus lernen können. Genau. Oder auch gerne diesen Beitrag per Messenger teilen, zum Beispiel per Freema, Signal, Chillo. Das sind tolle Möglichkeiten. Vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Dein, euer Rainer.